Ja, meine Freunde, erst mal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal bei KNIFE. Bundesliga-Rückblick. Heute steht der Bundesliga-Rückblick an. Wir machen den alleine, weil unser guter Felizio ist ja in New York. Zumindest sagt er das. Wir wissen, glaube ich, alle, dass er in Magdeburg ist und da die nächste Ultra-Reise plant und da natürlich ein bisschen organisatorisch was machen kann. Aber wir wünschen ihm natürlich trotzdem viel Spaß bei seinem Scheinurlaub in New York. So, wir fangen an mit dem Bundesliga-Spiel am Freitag, Freiburg-Bayern. Bevor wir das machen, könnt ihr gerne schon mal ein Däumchen da oben da lassen. Ihr kennt das Ganze, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. 300 Likes für die nächsten drei Punkte eures Vereins, ganz wichtig und richtig. Und dann starten wir mit Freiburg gegen die Bayern. Ich mache mir mal heute, weil ich ja jetzt nicht mit jemandem über das Spiel reden kann, praktisch die Bundesliga-Seite immer separat auf. Ist vielleicht für euch auch ganz cool, weil ihr dann immer seht, über welches Spiel ich gerade rede. Also, der Sportclub aus Freiburg hat gegen die Bayern gespielt und ist erstmal super gestartet nach zwölf Minuten mit einem tollen Tor von Christian Günther. Allgemein haben die Freiburger es den Bayern echt schwer gemacht. Es waren immer wieder Kontergelegenheiten da, immer wieder Platz für die Freiburger. Das, muss man auch sagen, haben die Bayern gar nicht mal so gut gemacht. Überraschend aber Matthias Tell in der Startelf und auch direkt eine Bude gemacht in der 35. Minute. Jamal Musiala legte in der 75. Minute mit einem tollen Tor nach. Das muss man wirklich sagen. Jamal Musiala, das hat er sehr, sehr stark gemacht. Geht ins Dribbling, zieht dann rechts rüber und knallt das Ding rein. Bevor dann in der 87. Minute Lukas Höhler das Ding, ich sag jetzt mal so Halbvolley, reinknallt. Extrem genial eigentlich für die Freiburger. Wenn man jetzt das Freiburger hält, für die Bayern natürlich extrem bitter. Aber, und hier muss man sagen, die Bayern haben es halt auch zugelassen. Die haben einfach zugelassen, dass immer wieder Möglichkeiten da waren, dass die Freiburger kontern konnten. Es war ganz, ganz viel Raum da. Damit hätte man so vielleicht vor dem Spiel auch nicht rechnen können. Ihr seht es auch hier, 11 zu 12 Schüsse, 6 zu 9 aufs Tor. Alles sehr ausgeglichen, selbst der Ballbesitzanteil ist gar nicht mal so eindeutig. Auch da lag immer wieder daran, dass die Freiburger, wenn die es versucht haben, haben es auch richtig versucht. Auch dann über die linke Seite sehr oft gekommen. Laufdistanz auch relativ gleich. Gewonnene Zweikämpfe sehr gleich. Ecken leicht mehr für Bayern, aber das denke ich mir auch okay. Harry Kane blieb übrigens torlos. Sechs Versuche gehabt. Zwei muss man auch sagen, hat er richtig gut genommen. Aber, tja, am Ende kannst du davon nichts kaufen. Laufdistanz, Pavlovich, der auch noch eine gelbe Karte. Ich glaube, der ist sogar jetzt gelb gesperrt. Am meisten gelaufen und Höhler bei den Freiburgern. Schnellster Spieler war Doğan zu Davis, also jeweils. Und die meisten gewonnenen Zweikämpfe wieder. Lukas Höhler, am meisten gelaufen und am meisten Zweikämpfe gewonnen zu Jamal Musiala. Musiala allgemein hat mir eigentlich echt gut gefallen, muss ich sagen. Auch bei seinem Tor. Das war echt eigentlich genial, wie er ihn draufgeknallt hat. Kimmich hat übrigens als rechte Teiliger gespielt. Er hat dann immer wieder sich aber, ich sag mal, sehr nach vorne positioniert. Ging ja auch ins Mittelfeld rein, hat dann da das Spiel mit eröffnet gehabt. Also er hatte schon den Drang, auch nach vorne mitzumachen. Auf der linken Seite hatte Rafa Guero begonnen gehabt, bevor später dann Davis tatsächlich reinkam, der wieder da ist. Wenn man mal guckt auf der Bank von den Bayern, gab es auch gar nicht so viele Möglichkeiten. Ihr kennt die Personaldecke bei den Bayern. Ulreich, Upamecano, Davis, Leimer, Swonarek, Shubomu-Tzing und Zaragoza waren auf der Bank. Zaragoza blieb auf der Bank sogar auch. Shubomu-Tzing, Leimer, Davis und Upamecano sind gekommen. Einer hätte noch kommen können. Vorzugsweise wäre es im Normalfall nicht ein Torwart geworden. Das heißt, Swonarek oder Zaragoza hätte man noch bringen können. Das war es von der Bayern-Seite aus. Ja, am Ende gibt man da natürlich ganz, ganz wichtige Punkte ab. Aus der Bayern-Sicht. Und die Leverkusener werden sich gefreut haben. Für die Freiburger fand ich es schon ein Stück weit überraschend, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn man überlegt, wie aktuell die Freiburger drauf sind, hätte ich damit irgendwie nicht so ganz gerechnet gehabt. Weil in der Rückrunde läuft ja für Freiburg noch eine Menge nicht so gut, muss man mal so sagen. Und die haben mit diesem Punkt drinnen ihren fünften Punkt erst in der Rückrunde geholt. Auch das blende ich euch mal hier gerade ein. Rückrundtabelle Freiburg, 17. mit fünf Punkten eben. Ja, dennoch, das war auf jeden Fall ein positiver Punkt. Und für die Bayern ganz klar zwei verlorene Punkte. Machen wir weiter mit Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Und da hat das Spiel tatsächlich entschieden oder zumindest den Anschluss schon mal gegeben. Karim Adijemi mit einem tollen Tor hat wirklich da einfach sich mal ein Herz gefasst und ein Ding abgefeuert mit über 100 kmh aufs Tor. Also es war wirklich PAM rein da. Das war für mich ein Dreh- und Angelpunkt, bevor Marzen am Ende dann den Deckel drauf macht mit dem 2 zu 0 in der 90. Minute. Ich muss hier aber sagen, ich fand das Spiel auch relativ ausgeglichen. Also es war für mich jetzt nicht so, dass Dortmund da irgendwie alles gemacht hat, gedreht und gezaubert hat. Und Union irgendwie, weiß ich nicht. Ihr seht es auch hier. Expektegrund 1,05 zu 1,28. Also es ist alles sehr, sehr überschaubar. Verschaubar. Torschütze 8 zu 5, 5 zu 7. Weihbesitz leicht mehr. Dortmund sehen wir auch hier unten nochmal die meisten gewonnene Zweikämpfe. Schlotterbeck 22. Schnellster Spieler war Hollerbach und am meisten gelaufen Andreas Schäfer. Man muss hier einfach wirklich nochmal sagen, für mich persönlich, das hätte ich nicht erwartet, war das sogar einer der langweiligsten Partien. Ich weiß, ein paar Leute gibt es schon da draußen, die immer sagen, die sind bei Dortmund irgendwie vielleicht zu kritisch. Oder beschweren uns viel. Aber es liegt einfach daran, dass man mit dem Fußball von Borussia Dortmund aus meiner Sicht nicht so viel anfangen kann. Und dann ausgerechnet auch noch in Berlin, also bei Union Berlin, am Ende hast du die Pflichtaufgabe erfüllt. Das heißt, Dortmund hat alles richtig gemacht. Drei Punkte geholt. Ganz wichtige Punkte auch geholt. Trotzdem für mich kein Spiel, wo ich jetzt sage, boah, das ist aber immer eine Rakete, du. Ich habe es im Nachgang auch erst gesehen und war dann, sage ich mal, froh, dass ich das nicht komplett über 90 Minuten sehen musste. Sondern halt, ich habe die langen Highlights mir reingezogen gehabt. Und wir hatten in der Konferenz das Spiel auch schon geguckt gehabt. Also auch da alles mitbekommen. Genau. Und ich hatte eigentlich mit einem ganz anderen Spiel rechnet, was wirklich für mich persönlich, wo ich gedacht habe, das wird das langweiligste Spiel. Hier komme ich gleich zu. Vorab kann man aber schon mal sagen, Borussia Dortmund hat in der Rückrunde ganz schön aufgeholt. Haben in sieben Spielen 14 Punkte geholt. Eine Tordifferenz von plus 10, 15 zu 5 Torschüsse. Also was das angeht, sieht das alles ganz gut aus für Borussia Dortmund. Trotzdem hat es immer diesen Ballgeschmack, weil man irgendwie mit dem Fußball nicht so viel anfangen kann. Die Ergebnisse dann teilweise zwar stimmen, aber ja, in der Champions League drücke ich trotzdem Dortmund ganz fest die Däumchen, dass das funktioniert. Denn jetzt kommen wir zu einer Partie, wo ich dachte, dass das die langweiligste Partie wird. Das war so meine Vermutung. Aber das war irgendwie nach zwölf Minuten schon eine ganz andere Nummer. Der FC Augsburg überrennt den SV Darmstadt mit 6 zu 0. Und wenn man mal ehrlich ist, eigentlich hat man in der zweiten Halbzeit noch echt das Gaspedal so ein bisschen runtergenommen gehabt. Ihr seht hier Expertikurs 3,26 zu 1,18. Trotzdem macht Augsburg daraus 6 Tore. Da sieht man mal wieder, wie wenig aussagekräftig das ist. Darmstadt hat man komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Philipp Tietz übrigens auch ohne Jubel. Also der hat sowohl das erste als auch das letzte Tor gemacht. Aber eben nicht gejubelt. Also da auch nochmal, weil das eben gegen seinen Ex-Klub ging. Für die Leute, die eben das jetzt nicht mitbekommen haben. 16 Schüsse neben das Tor zu 5. Neben das Tor von Darmstadt. 5 aufs Tor zu 6 aufs Tor. Hier muss man ganz klar sagen, die Augsburger haben die Darmstädte einfach überrannt. Aber auch was für Abwehrfehler die Darmstädte hatten. Ey, das waren Lücken. Und so spielst du halt niemals in der Bundesliga mit. Das muss man so sagen. Wenn du diese Abwehrprobleme so offen zeigst, auf gut Deutsch. So viele individuelle Fehler auch. Dann da ein Fehlpass. Dann da irgendwie komisches Stellungsspiel. Dann rücken die trotzdem extrem weit auf. Was mich auch extrem gewundert hat. Und die Augsburger knallen dann gefühlt ein Ding nach dem anderen rein. Ihr seht selbst Ballbesitz war sogar relativ ausgeglichen. Aber Passquote 76% bei 400 Pässen. Laufdistanz. Augsburg mehr gelaufen. Mehr gesprintet. Mehr Zweikämpfe gewonnen. Mehr Ecken gewonnen. Die Statistik hier ist im Grunde genommen sowieso alles völlig egal. Weil, wie gesagt, das Spiel haben entschieden. Zum einen die Galligkeit der Augsburger. Vorne extrem individuell stark gespielt. Teilweise richtig gute Pässe. Ich glaube sogar, ein Angriff von Darmstadt war sogar gar nicht mal schlecht. Da war aber Iago hat das dann auch nochmal abgelaufen. Also selbst nach hinten hat halt alles funktioniert, muss man sagen. Ja, und das haben die Aussprache offensiv einfach extrem stark gespielt. Und die Darmstädter waren defensiv absolut Müll unterwegs. Muss man ganz klar so sagen. Was für mich aus Werder Sicht natürlich umso bitterer ist, dass man eben eine Woche davor, ich sag auch, wenn man das 2 zu 0 gemacht hätte, da wo diese Elfmeterszene war, wo Dux sich dann dazu entschieden hat, die Schwalbe zu machen, dann hätte man genau dieses Spiel wahrscheinlich auch gehabt. Weil von Darmstadt kam einfach nichts. Viel, viel zu wenig. Auch gegen uns, da war auch ein Abschluss, das war so bezeichnend für die Darmstädter. Ich glaube, Polter war es. Korrigiert mich gerne, ob es Polter oder Pfeiffer war. Ich meine, es war Polter. Frei vorm Tor, 16er Höhe. Ich würde mal sagen, 10, 11 Meter vorm Tor und er schießt den original mit 4 kmh mittig auf den Torwart. Das hat eigentlich alles auch gezeigt, was offensiv ging von Darmstadt. Und wie gesagt, auf der anderen Seite viel zu viele Lücken, viel zu große Abstände, keine gute Rückwärtsbewegung, Unstimmigkeiten, Fehlpässe. Das war kurz und gar nichts. Ich will aber gar nicht weiter eintreten auf Darmstadt. Die sind, glaube ich, bedient genug mit einem 6 zu 0. Eher ein großes Lob an die Augsburger. Das war eben wirklich sehr, sehr stark. Dann kommen wir zu einer Partie, wo man sagen muss, da haben die Frankfurter ganz schön viel Glück gehabt. 2-1 gewinnt die Eintracht Frankfurt gegen Heidenheim. Warum sage ich, dass Frankfurt Glück gehabt hat, obwohl die hier auch nach den Statistiken, also nach den Expected Goals zumindest, das 2-1 verdient gehabt hätten? Tja, weil das 1-0 von Benedikt Gimba ein absolutes Quatscheigentor war. Der will den Ball zurückspielen und im Rasen ist irgendwie ein Hubbel, der Kommentator hatte da gesagt gehabt, dass es ein Maulwurf war oder weiß was ich was. Ist ein Hubbel und Herr Kieper, ey, das hättet ihr sehen müssen. Müller holt aus mit dem Fuß, will den Ball mit gefühlt 100 Sachen wegknallen und dann tätscht der Ball auf den Hubbel über den Fuß von Müller. Über den Fuß von Müller und der schießt, macht einen riesen Luftloch und der Ball kullert ins Tor rein. Super bitter, weil Heidenheim eigentlich den deutlich besseren Start gefunden hat, wie ich finde. Für mich war auch Heidenheim näher am Tor dran als die Frankfurter. Frankfurt für mich wieder, irgendwie war das in der 1. Halbzeit, 2. Halbzeit finde ich, hat Frankfurt es deutlich besser gemacht. Aber 1. Halbzeit war für mich wieder so eine Partie, wo ich gesagt habe, krass, was Heidenheim da macht. Und hart, wie Darmstadt aber spielt, wie Darmstadt spielt, sorry, wie die Frankfurter spielen. Ich erwarte einfach irgendwie mehr von Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber ja, ein Kunku macht dann in der 49. Minute das 2 zu 0 und dann eben Marvin Piringer in der 59. Minute das 2 zu 1. Ich glaube, das war sogar nach Vorlage von Ernst Dinchy, der auch wieder ein sehr großer Aktivposten war. Aber ja, Niklas Bester hat ja gefehlt. Ich meine, der war gelb gesperrt. Meine ich zumindest, dass der gelb gesperrt war. Auf jeden Fall, trotz des 2 zu 1 konnte es am Ende, hat es halt nicht viel mehr gereicht. Auch trotz vieler Versuche, 13 Schüsse neben das Tor, 3 aufs Tor von den Heidenheimern leider ein Tick zu ungefährlich. Aber, und das auch eigentlich wieder ganz spannend, wenn wir mal auf die Rückrundtabelle schauen, die Frankfurter jetzt Platz 8 durch diese 3 Punkte mit 10 Punkten, eine Tordifferenz von genau 0 jetzt. Und Heidenheim ist 12. nach 7 Spielen mit 7 Punkten. So, minus 1 Tordifferenz. Ja, trotzdem, also Frankfurt 8er ist ja an sich in der Rückrundtabelle gar nicht mal so verkehrt. Aber auch da, da erwartet man manchmal einfach nochmal einen Tick mehr. Ich finde auch, dass nach vorne weg vieles irgendwie nicht wirklich funktioniert. Heidenheim stand defensiv auch sehr gut. Ich finde die Standards von Heidenheim, finde ich übrigens trotzdem gut. Obwohl auch Beste zum Beispiel nicht dabei war. Die machen das einfach extrem gut. Heidenheim kriegt auch irgendwie immer so diese Galligkeit mit rein. Dieses, diesen enormen Willen, was zu holen. Ich weiß gar nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Für mich ist es einfach so eine Geilheit auf Punkte der Heidenheimer. So würde ich es zumindest mal beschreiben. Und ja, war natürlich nur der Ausgangspunkt. Und die Schlüsselszene ist wahrscheinlich das Eigentor. Nach einem wirklich ungefährlichen Rückpass einfach Hubbel im Rasen. Das ist halt super bitter, dass sowas zustande kommt. Ja, da fragt man sich halt auch, ich weiß nicht. Wird so ein Rasen nicht eigentlich immer vorher überall nochmal kontrolliert? Kann man sowas nicht irgendwie vielleicht messen, dass da nicht so ein Hubbel auftauchen kann? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall extrem bitter, muss man einfach mal so sagen. Dann kommen wir zu Mainz gegen Borussia Mönchengladbach. Da muss man auch wieder sagen, die Mainzer extrem gut gestartet. Nach zwölf Minuten durch Burkhardt in Führung gegangen mit einem tollen Treffer, sehr sehenswertigen Treffer. Und für mich persönlich auch den deutlich besseren Start gefunden, die Mainzer. Auch wieder einer der auffälligsten Spieler für mich persönlich. Amiri gewesen aus dem Mittelfeld heraus. Ich finde es immer noch krass, dass der zu Mainz eben gegangen ist. Das ist einfach echt ein Brett für die Mainzer, muss man so sagen. Burkhardt hat, wie gesagt, einen geisteskrank geilen Treffer gelandet. Extrem guter Abschluss. Wenn man sich jetzt das Ganze hier anschaut, in den Statistiken. Gilavogui, die meisten gewonnene Zweikämpfe, war ja lange am Anfang auch verletzt. Konnte dadurch nicht so richtig teilnehmen. Jetzt eben auf der Doppel, nee nicht Doppel 6, in der Innenverteidigung hinter Amiri und Barrero. Hier die meisten Zweikämpfe gewonnen. Vandenberg auch eigentlich sehr souverän unterwegs gewesen. Honorar wieder in der Startelf bei den Gladbachern. Super, also zwei, drei Läufe fand ich richtig, richtig gut. Super Auftritt da gehabt. Aber irgendwie haben die Gladbacher mich auch wieder nicht wirklich überzeugt. Also ich habe gedacht, so nach letzter Woche, dass die jetzt mit so einer richtigen Energie die Mainzer vielleicht sogar überrollen. Kam aber einfach nicht dazu. Auch Kone, dann zwischens, sowas verstehe ich auch immer nicht. Im Mittelfeld, zweite Halbzeit, dann ist ein Angriff, kein Spiel auch mehr rum. Dann macht er erstmal so eine Art Übersteiger, um den dann zu spielen. Das ist auch so für mich, lass den Quatsch sein, konzentrier dich. Also es war so, wo ich so gedacht habe, weiß ich nicht. Wie gesagt, zweite Halbzeit, Gladbach waren die deutlich stärker als in der ersten Halbzeit. Dominik Korkic später noch gelb-rot in der 83. Spielminute. Aber ich finde, das Unentschieden geht in Ordnung. Erste Halbzeit war für mich Mainz, zweite Halbzeit war für mich Gladbach eher. Was mich da so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Mainzer nicht in der zweiten Halbzeit, so diese Konstanz und diese nötige Geiligkeit auch da vorne und Effektivität vorne zu inkonsequent dann in den Abschlüssen, sieht man auch hier 15 Schüsse neben das Tor. Da hätte einfach für mich mehr passieren können. Für mich trotzdem das Unentschieden in Ordnung, aber näher dran am Sieg waren die Mainzer meiner Meinung nach. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung immer auch mit reinschreiben. Mainz übrigens in der Rückrundtabelle jetzt 16. mit 5 Punkten und die Gladbacher auf 13. mit 6 Punkten. Nach sieben Spieltagen ist natürlich auch für die Gladbacher viel, viel zu wenig. Das macht übrigens insgesamt bei den Gladbachern, die bleiben auf dem 12. Platz mit 26 Punkten. Ein-Punkt-Abstand nur auf dem VfL Bochum, Platz 15. Und Mainz mit 16 Punkten jetzt nur noch ein Punkt hinter den 1. FC Köln auf Platz 16. Da kommen wir gleich noch zu den 10 Kölnern. Da sage ich dann gleich was zu. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und ihr merkt schon, es ist halt natürlich, ich gebe euch jetzt meinen Blick auf die Spiele von all dem, was ich eben mitbekommen habe. Ich habe mir die Spiele ja auch alle, ich habe Freitag ein Spiel geguckt, Samstag habe ich Konferenz geguckt, Abendspiel geguckt. Und Sonntag habe ich auch beide Spiele separat geguckt gehabt. Köln gegen Leverkusen haben wir sogar im Stream noch die zweite Halbzeit sozusagen mitgesehen und da in Hoffenheim-Bremen. Aber ja, durch die Konferenz kriegst du natürlich vor allen Dingen hauptsächlich auch die Tore und die Highlights. Und für mich persönlich, ich merke jetzt gerade, während man diesen Talk macht, du fasst das natürlich sehr oberflächlich zusammen, weil du dich nicht austauschen kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Felicity sitzen würde, könnte ich ja mich mit ihm austauschen, wie hast du das gesehen und so weiter. Aber so geht es halt irgendwie schneller. Ich hoffe, dass es trotzdem für euch passt. Ich habe mir gedacht, ich mache trotzdem einen Bundesliga-Rückblick für euch, dass hier auf jeden Fall Videos trotzdem kommen. Ja, könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr trotzdem zufrieden seid sozusagen, auch wenn wir nicht zu zweit gerade labern können. Bochum gegen RB Leipzig, 1 zu 4 ausgegangen. Maximilian Wittek knallt das Ding erstmal rein, eine siebte Minute. Nach einem Standard war das, das war ein Freistoßtor, muss man aber sagen, für mich Torteiler auch. Der Ball geht genau auf den Keeper, der kriegt den irgendwie so nicht richtig geblockt und dann geht der rein, weiß ich nicht. Danach gibt es aber eine Show von RB Leipzig. Daniel Eumot, 30. Openda, 68. Minute, kurz nach seiner Einwechslung übrigens. Da war er ein paar Minuten auf dem Platz. 71. Eigentor, Yvonne Orditz. 72. Yusuf Paulsen knallt da nochmal einen rein. Zu dem Zeitpunkt stand es dann 4 zu 1. Und Quarteng kriegt in der 86. Minute noch glattrot. Super unnötig übrigens, geht da rein, obwohl, ja, keine Chance auf den Ball. Mit offener Sohle, extrem bitter für die Bochumer, extrem bitter für Quarteng. Und somit steht es 4 zu 1, plus Bochum nächste Woche mit Quarteng gesperrt. Extrem bittere Nummer. Ich dachte so in Bochum, gerade nach dem Freistoß von Wittek, da geht einiges. Also da dachte ich ehrlich, da geht heute was. Man muss auch sagen, dass Bochum immer wieder Chancen hatte. Also immer wieder über Konter Chancen hatte, kreiert hat. Aber am Ende hat es leider für nichts gereicht. Und die Leipziger waren dann einfach auch individuell sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, muss ich sagen, ab der Einwechslung von Openda. Also ab so, ja, Ende 60. Zweiter Halbzeit fand ich RB Leipzig deutlich stärker. Also da wurden die immer stärker. Erster Halbzeit habe ich zwischenzeitlich richtig Respekt gehabt noch vor dem VfL Bochum. Ihr seht hier auch nochmal die Statistiken im Hintergrund eingeblendet. Am meisten Abschluss noch Kevin Stöger zu Dani Olmo. Laufdistanz am meisten losliegt. Zu Haidara und Kevin Schlotterberg. 16 Zeitkämpfe gewonnen. Orban 19. So, das war tatsächlich ein Spiel, muss ich auch ehrlich sagen. In der ersten Halbzeit, ey, ich dachte echt nach diesem Wittek-Ding, dachte ich, hier geht vielleicht was für die Bochumer. Das wäre natürlich echt ein Brett gewesen, wenn man jetzt mal ein bisschen an die Tabelle denkt. Die sind ja 15. Die würden dann mit 28 Punkten einen guten Schritt nach oben machen. So natürlich die Niederlage eingesammelt. Extrem bitter. Aber da muss man auf die nächste Woche sozusagen wieder schauen. Also das Abschütteln. Gegen RB Leipzig ist einfach nicht dein Gegner. Nächste Woche hast du nochmal ein Heimspiel und das gegen Freiburg. Da geht vielleicht schon eher was, als jetzt eben gegen die Leipziger. Muss man einfach mal so festhalten. So, und dann kommen wir zum, kommen wir zum Top-Spiel? Habe ich irgendein Spiel vergessen? Ne. Dann kommen wir zum Top-Spiel. 3 zu 2 gewinnt der VfB Stuttgart gegen die Wölfe. Nach erstmal einer tollen, ich glaube es war sogar eine Ecke, ne. Der Ball kam rein. Girassi, toller Kopfball in der 19. Spielminute. Stuttgart geht mit 1 zu 0 in Führung. Sind für mich auch die klar bessere Mannschaft gewesen. Ich kann allgemein mit dem Fußball von VfB Wolfsburg gar nichts anfangen. Muss ich ganz klar so sagen. In der Aufstellung sehen wir auch. Undaf war wieder auf der Bank. Undaf war wieder auf der Bank. Aber eben noch nicht von Anfang an. Wurde auch am Anfang direkt kommuniziert, dass das eben auch so der Plan war. Nach seiner Verletzung, ich glaube Muskel Faser, das hatte er auch. Mele, du drückst in der 50. Minute das 1 zu 1. Da muss man echt sagen, für mich persönlich, allgemein, ihr seht es auch unten, die Effektivität von Stuttgart. Stuttgart hat viele Angriffe im letzten Drittel nicht komplett zu Ende gespielt. Also da waren dann auch so ein paar Missverständnisse. Du dachtest, ja, weiß ich nicht. Und Wolfsburg ist für mich einfach keine Mannschaft, die da, ja, wie soll ich sagen, ich kann mit deren Fußball einfach auch nicht wirklich was anfangen. Also es war für mich überhaupt nicht dieses Top-Spiel, was ich mir vorgestellt habe. Nach dem 1-1 trifft aber Girassi vier Minuten später direkt wieder und gibt die Antwort, die genau richtige Antwort mit dem 2 zu 1 und dann kommt noch Wagnummern hinterher in der 78. Spielminute und macht das 3-1. Wagnummern übrigens, finde ich, allgemein hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Die rechte Bahn immer wieder überlebt, immer wieder diese tiefen Läufe gehabt und der hat halt einfach einen brutalen Offensivdrang. Hat sogar davor noch einen liegen lassen, dann aber doch einen gemacht. Weiß gar nicht, ob in dem Spiel das auch war mit dem Abseits-Tor oder, ich meine, da war auch ein Abseits-Tor und wurde auf jeden Fall irgendwas geprüft, was dann zurückgenommen worden ist. Wagnummern machte das 3-1. In der 83. machte ein Lukas Mecher nochmal das 3-2 und dann wurde es nochmal spannend. Aber am Ende bleibt es beim 3 zu 2. Für mich geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung für Stuttgart, effektiver gewesen. Aber das hätte auf jeden Fall auch gut nach hinten gehen können. Offensiv im letzten Drittel habe ich tatsächlich gedacht, dass Stuttgart mit mehr Antrieb nach vorne kommt und auch mehr kreiert bekommt. Irgendwie war das dann nicht so ganz der Fall. Trotzdessen geht das, denke ich mal, so in Ordnung. Ist jetzt aber nicht so Top-Spielcharakter gewesen, wie man sich das eventuell vorgestellt hat. Trotzdessen machen wir natürlich einen Blick hier auf die Rückrundtabelle. Da ist Wolfsburg jetzt auf Platz 15. In sieben Spielen nur fünf Punkte geholt, minus zwei Tordifferenz. Und der VfB Stuttgart ist auf Platz zwei mit 16 Punkten geholt nach sieben Spielen. Tordifferenz von plus acht. Das ist natürlich gigantisch. Derzeit ist Stuttgart allgemein. Tabellen Dritter mit 50 Punkten. Vier Punkte nur noch hinter den Bayern und 14 Punkte hinter Leverkusen. Sechs Punkte Abstand auf Borussia Dortmund, Platz vier. Und sieben Punkte Abstand auf RB Leipzig. Das ist natürlich der Wahnsinn. Es spielen auch, glaube ich, die beste Saison der Vereinsgeschichte, die hatte ich vorhin erst gesehen gehabt. Und die Wölfe sind auf Platz 13 nach 24 Spieltagen. 25 Punkte. Also das sieht mittlerweile gar nicht mehr gut aus. Letzten fünf Spiele verloren, unentschieden, unentschieden, verloren, unentschieden. Tja, wenn man mal auf Kass sagen will, die sind punktgleich mit Platz 15 und nur noch acht Punkte Abstand auf Platz 16. Also wenn Köln mal in den Lauf kommen würde oder auch Mainz, dann könnte man da unten tatsächlich nochmal angreifen. Nur bleibt dieser Lauf halt eben aus. Das bringt uns auch schon zum Spiel am Sonntag. Und zwar Köln gegen Leverkusen. Und das blenden wir mal hier ein. 2 zu 0 gewinnt Leverkusen die Partie. Nach 14 Minuten gab es aber auch schon eine Vorentscheidung durch Jan Thielmann. Der sammelt sich nämlich die rote Karte ein. Geht da mit offener Sohle rein. Extrem blöd. Kommt zu spät. Ja, trifft nur den Gegenspieler. Klickt glatt rot. Extrem ärgerlich. Glaub ich, da geht da natürlich nichts. Man muss trotzdem sagen, dass Köln immer wieder auch davor und danach Umschaltmomente hatte. Also es war jetzt nicht so, dass von den Kölnern dann gar nichts mehr kam, sondern es gab immer wieder Umschaltmomente. Und erst in der 37. Minute macht Jeremy Frimpong das 1 zu 0. Leverkusen geht in Führung. Würz hat zwischenzeitlich auch nochmal eine richtig gute Chance gehabt. Geht an zwei Mann vorbei. Schießt dann ins kurze Eck. Schwebe hält aber toll. Da muss man aber trotzdem sagen, oder meiner Meinung nach sagen, die rote Karte hatte natürlich da auch eine kleine Vorentscheidung gemacht. Leverkusen dann auch mit einmal mehr. Konnte natürlich komplett deren Spiel aufziehen. Ich will trotzdem die Kölner loben. Immer wieder, wie gesagt, mit Kontergemöglichkeiten. Auch wenn hier steht, 0 Schüsse aufs Tor. Da gab es schon zwei, drei richtig gute Gelegenheiten, auch über Adamian sogar. Hatte mich sogar ein bisschen gewundert gehabt. Ja, Ballbesitz 73%. Leverkusen 27% Köln. Ich glaube, spätestens nach der roten Karte war das absolut klar. Und in der 73. Minute setzte dann Grimaldo noch die Decke drauf mit dem 2 zu 0. Dann gab es am Ende sogar nochmal zwei, drei ganz gute Situationen für Leverkusen. Also gute Umschaltmomente haben sie dann wenig draus gemacht. Ich glaube sogar, dass Leverkusen hier, wenn man darüber spricht, die Souveränität und so weiter, da hätte man eigentlich mit einem Mann mehr sogar vielleicht mehr rausholen können. Aber am Ende würde es den Leverkusen egal sein. Die holen die drei Punkte, extrem wichtig. In der Rückrundentabelle bleiben sie erster mit 19 Punkten. Zum Vergleich 9 Punkte mehr gut als Bayern in der Rückrunde. Obwohl wir alle gesagt haben, mal gucken beim Afrika-Cup und so weiter, ob Leverkusen nochmal abrutscht oder wie das dann wird. Ja, war dann schon ganz schön spannend. Und die Kölner sind auf Platz 14 in der Rückrundentabelle nach sieben Spieltagen sechs Punkte geholt. Und dann kommen wir zum Werder-Spiel. Auch das habe ich natürlich komplett geschaut und auch gestreamt gestern. Wir haben gerade eben auch nochmal extra Video raus zu den Einzelspielern. Könnt ihr auf meinem Kanal auch gerne abchecken. Und ich fasse es jetzt nochmal für euch zusammen. Zwei Einzelne verloren. Meine Frau und meine Mama waren sogar da, sind rübergefahren. Dreieinhalb Stunden hin, dreieinhalb Stunden zurück. Tritt hat mir natürlich für die sehr leid. Auch für alle anderen Werder-Fans, die angereist sind. Weil nach acht Minuten merkt sich mir an Bayern nach einer Ecke schon direkt das 1-0 macht. Da sieht Weiser nicht gut aus. Bayern aber auch momentan extrem gut drauf. Auf jeden Fall einer für die Nationalmannschaft. Bin ich sehr gespannt, was ihr zu Bayern sagt. Dann in der 44. Minute macht Maximilian Bayer das 2-0. Nach einem extrem guten Ball von Florian Grilic in den Laufstopp von B. Buvers. Der legt den Ball dann rüber. Und da steht halt keiner bei Bayer. Da regliert auch Malatini ihn so ein Stück weit aus den Augen. Und dann passiert eben das 2-0 von Maximilian Bayer. Zwischenzeitlich hatten wir auch nochmal einen Pfostenschuss über Marvin Dux. Ich finde allgemein, dass das eine relativ ausgeglichene Partie war. Auch wenn Hoffenheim die stärkere Mannschaft zu dem Zeitpunkt war. Aber gerade hinten heraus ging ja eigentlich schon noch was. Wir haben viel liegen lassen. Das Zeichen hat in der Expekte Golds nicht so wirklich aus. Stay zweimal vorm Tor. Absolut komisch, was er daraus macht. Dann haben wir mit Felix Argo zwei Aktionen über links. Einmal lässt Dux richtig gut durch. Dann knallt Argo den komplett hinter. Weiß ich nicht was. Also ganz schwache Abschlüsse, muss man sagen. Da muss einfach viel mehr draus gehen in dieser Situation. Haben wir leider nicht umsetzen können. Ja, in der 73. Minute gab es dann Gelb-Rot für Marius Bülter. Ab da waren wir einmal mehr. Konnten daraus aber auch relativ wenig machen. Die beste Aktion war dann eben die von Skelly Alvero in der 92. Minute. Allgemein, Skelly seit der Einwechslung einer der besten Spieler gewesen. Immer anspielbar. Tolle Verteilung. Und technisch eben einiges drauf. Zeigt auch sein Tor. Das macht er mit der Hacke. Kommt der Ball in den Rückraum gespielt. Er knallt mit der Hacke rein. Einfach wunderschönes Tor, muss man sagen. Und dann das Schlimme. Eigentlich in der 97. Minute haben wir das 2-2 auf dem Fuß durch Leo Bittencourt. Der knallt den dann leider komplett nebens Tor. Und dabei bleibt es beim 2-1. Gab es dann eine komische Aussage noch am Ende des Spiels von Marvin Duxch, der die Fans und die Medien dafür verantwortlich macht. Aufgrund der Kritik und so weiter eine Forderung, dass er letztlich ausgewechselt worden ist. Habe ich so vorher auch noch nicht von einem Profi gehört. Habe aber auch dazu was auf meinem Kanal gesagt. Ja, und damit sichert sich natürlich Hoffenheim vor allen Dingen in erster Linie den Tabellenplatz 7. Da schauen wir nämlich jetzt mal drauf. Das ist die Endtabelle nach dem Spieltag. Siebter, Hoffenheim mit 33 Punkten. Werder kommt dahinter auf Platz 8. Punktgleich mit Platz 9. Freiburg mit jeweils 30 Punkten. Da muss man auch sagen, krass, dass Freiburg mit 30 Punkten eine Tor-Differenz von minus 12 hat. Wir jetzt eben mit minus 4 unterwegs. Eintracht Frankfurt 37 Punkte. Ihr seht ja die Tabelle hier auch selber gerade. Und unten Darmstadt weiterhin mit 13 Punkten nach dem 24. Spieltag. Mainz mit 16 Punkten. Köln 17 und dann der erste Abstand zu Bochum 25. Auch krasse, wenn man überlegt. Von Bochum zu Köln, also von 15 zu 16, 8 Punkte. Von Bochum aber zu Hoffenheim, Platz 7, ebenfalls 8 Punkte. Also, ja, die Tabelle ist schon sehr verrückt. Es gibt halt einfach kein wirkliches Mittelfeld. Hier ist alles sehr, sehr nah beieinander. Von Platz 15 bis Platz 7 ist alles noch möglich. Das wird auch in den nächsten Wochen spannend bleiben. Das zeigt halt auch einfach, die Bundesliga ist da ein Marathon. Kein Sprint. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr zu den Spielen zu sagen habt. Schreibt es gerne unten rein. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem über den Bundesliga-Rückblick gefreut. Lasst gerne ein Däumchen da oben da. Ich bin raus. Euer Reniko hier bei NALF. Und ciao. Ciao.